Demokratie heißt doch, das Volk ist an der Willensbildung beteiligt. Den müssen wir doch aber auch einen Willen haben. Den sehe ich gar nicht. Insbesondere Jüngeren sind jetzt böse, dass kein Unternehmergeist herrscht. Und man sieht aber an der Start-up-Szene, dass es jetzt sehr, sehr viele Leute gibt, die einfach da ein sinnvolleres Leben sehen und sagen, sie wollen nicht in so einem bürokratischen Konzern arbeiten und irgendwie immer sagen, das geht nicht, weil das geht nicht, weil. Und sich das von Leuten sagen zu lassen, die einfach so schon 60 sind und dann abwarten, dass sie in Rente gehen. Da merkt man jetzt so in der Jüngeren eine echte Ungeduld. Und die Älteren, ich habe neulich mal so ein Streitgespräch gehabt, die Älteren sagen, wir müssen uns jetzt langsam an die Jüngeren gewöhnen, die haben irgendwie andere Vorstellungen von der Arbeit. Also die wollen irgendwie eine sinnvolle Arbeit haben. Ja, also bei den Pflichtdeutschen spielt das keine Rolle. Also ich muss meine Pflicht tun. Frag ich nicht nach dem Sinn. Ich muss das tun, was die da oben sagen. Das ist nicht so üblich. Und die jungen Leute fangen dann alle an, jetzt irgendwie sagen, die Arbeit muss mich befriedigen und die muss einen Sinn haben und ich muss dahinter stehen können oder so. Das ist ganz fremd. Und da müssen wir Alten, wurde gesagt, uns langsam darauf einstellen und die Arbeit so ein bisschen dahin tendieren, dass die Jungen damit klarkommen können. Und ich habe gesagt, Einspruch war ja eher so eine Diskussion. Ich glaube, dass die in zehn Jahren die Jungen die Herrschaft haben. Das sind die, die jetzt unzufrieden sind, sind so in einer Gegend von 28 Jahre, so Master gerade hinter sich oder so Doktor vor sich. Und die sind in zehn Jahren die Führungskräfte und die werden Deutschland anders führen. Und das gibt natürlich auch irgendwo Zuversicht, dass alles sich wieder einringt. Die junge Generation ist jetzt sauer zunehmend, dass immer wieder den Alten gesagt werden, guckt auf Nokia, guckt auf Kodak, macht endlich, kriegt den Hintern hoch, seht die Realitäten, macht den Wandel und so weiter. Das passiert eigentlich nichts. Und das nervt zunehmend die jungen Leute. Jetzt fangen Konferenzen gerade an über Mut, zur Veränderung. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Punkt. Also man muss einen Willen haben. Also Mut sagt einfach, dass Mut oder Tapferkeit bedeutet, dass ich die Gefahr sehe, in der ich schwebe. Und ich sage, die Gefahr, also mein Körper sagt, da habe ich Angst vor der Gefahr. Und der Verstand, die Tapferkeit, überschreibt den Bauch mit der Angst und sagt, Angst kann es bleiben, aber du wirst überschrieben und wir gehen trotzdem und kämpfen. So, das ist Tapferkeit in einer gewissen Weise oder Mut. Das ist nicht der Punkt. Und die Leute gewinnen eigentlich, die jetzt den Willen haben und sagen, wir machen es jetzt einfach, also ohne Angst. Wenn man dann mit Angst geht, da kann man ein bisschen was retten, mit Tapferkeit irgendwie noch weiterzukommen. Aber die Leute, die einfach den Willen noch vor sich her tragen, die sind einfach, glaube ich, erfolgreicher. Das ist nicht der Punkt.